Was hat er gesagt? Wie heißt diese Stadt nochmal? So, wir gehen zum Karneval. Celebramos el Karneval contijo. Mama ist noch nicht da, aber wir müssen schon mal rüber gehen. Die Legumännchen, die kommen gleich her. Wir laufen denen hinterher. Die gehen ja jetzt zum Festplatz. Die Musiker werden auch da hinkommen. Stark. Guck doch mal. Das wird auf jeden Fall ein sehr bunter Umzug. Alle Achtung. Das ist ja erst die Vorbereitung. Die kommen jetzt alle herbeigelaufen. Das ist Karneval. Alle Achtung. Alle Achtung. Wow, so ein bunter Haufen. Achtung. Oh, so ein bisschen. Wow. 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 Oh. Wow. Wow. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kannst du noch mal zeigen auf dem Storch? Ein Storch! Da ist ein Storch auf der Kirche! Ist das cool? Hey, wir haben ihn entdeckt! Da oben sitzt er und feiert mit! Sehr cool! Das war's für heute! Alemania Hallo Er ist doch rubisch Nein, mein Mann ist ja schön er ist doch rubisch Rutaico oder Rutaico Rutaico Spanien Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und so geht ein schöner Faschings Tag für uns zu Ende. Unglaublicher Umzug, unglaubliche Party nach den zwei Jahren Corona-Pandemie. Das coolste Fest, was wir seit langem mal wieder erlebt haben. Danke, Guaroman! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018